Yo, servus Leute und willkommen zurück zu einem neuen Informationsvideo. Es gibt neue Informationen bezüglich den Server-Admin-Tools in Battlefield Portal, die ihr auf jeden Fall nicht verpassen solltet. Bevor das Video anfängt, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und ein Abo, das supportet mich extrem und somit zeigt ihr mir, dass euch mein Content gefällt. Auf Twitter veröffentlichte Dice und EA bezüglich Battlefield Portal neue Informationen, die sehr wichtig sind für Server-Admins, die sich ein Server erstellen werden. So wird es möglich sein, in einem Server Nachrichten zu verschicken, wie man es aus Battlefield 4-Zeiten kennt. Bedeutet, wenn ihr in einer Runde spielt, bloppen dann meistens so Admin-Nachrichten auf, wie zum Beispiel, diese Waffe verboten oder das Gadget ist verboten und das kann man wieder in Battlefield Portal machen, was extrem cool ist. Weiter kann man wieder Leute kicken aus dem Server, sowie auch verbannen. Hierbei schrieb Dice auf Twitter, dass sie dieses System general überholt haben und das deutlich besser funktioniert als in Battlefield 4. In Battlefield 4 musste man noch raus aus dem Server gehen und dort dann die Leute entbannen oder sogar auch kicken oder bannen und jetzt kann man die ganze Sache ingame machen, was eine sehr coole Sache ist. Weiter kommt eine sehr beliebte Option rein und zwar kann man als Server-Admin die nächste Runde auswählen. Bedeutet, du kannst als Admin bestimmen, welche nächste Map kommt oder welcher Spielmodus kommt auf welcher Karte und diese Option fand ich in Battlefield 4 schon extrem cool und hat mich meistens dafür motiviert, den Server zu mieten. Hierbei eine Nebeninformation, auf Battlefield Portal würden natürlich die ganzen Server kostenlos sein, also da muss man auf jeden Fall kein Geld ausgeben für die Leute, die das vielleicht noch nicht wussten. Weiter kann sogar der Admin den Server neu starten in einer laufenden Runde und das finde ich auch auf einer Seite eine gute Idee, weil wenn zum Beispiel ein Fehler auftauchen sollte, Beispiel man hat was falsch eingestellt oder man möchte zum Beispiel diese Karte jetzt nicht unbedingt spielen oder man möchte zum Beispiel den Server einfach neu starten, dass der wieder einen besseren Ping bekommt, dann kann man das jetzt auch wieder machen, was extrem cool ist, das hat mir in Battlefield 4 extrem gefehlt. Jetzt kommen wir zu einem Feature, was eigentlich echt extrem schade ist, dass das nicht reinkommt, zumindest vorerst hat DICE geschrieben und zwar ist es die ganze Spectator-Mode-Sache. Mit diesem Spectator-Mode konnte man damals gute Tuntmails entwickeln, zum Beispiel für YouTuber, die halt YouTuber treiben, wie ich das bin. Und zusätzlich konnte man mit der Kamera zum Beispiel einfach durchs Gefecht fliegen, paar coole Cinemedics aufnehmen, coole Short-Filme aufnehmen von Fans natürlich entwickeln und das fand ich eigentlich schon extrem cool. Schade, dass dieses Feature es nicht schafft in Battlefield Portal, zumindest zum Release, vielleicht wird es ja eines Tages nachgereicht. Wenn die Nachfrage groß genug ist, was ich auf jeden Fall mir denken werde, weil dieses Spectator-Matic-Tool in den meisten Fällen in Battlefield 4, Battlefield 3 und Battlefield 5 und in Battlefield 1, also in fast jedem Battlefield dabei war, somit warum nicht in Battlefield 2042. Das waren die offiziellen Informationen, die wir auf Twitter bekommen haben bezüglich den Server-Admin-Tools, was sehr interessant ist und gut zu wissen, wenn man den Server sich selber erstellt zum Release. Und jetzt kommen wir zu der Verlosung und zwar verlose ich einmal einen PC-Code, einmal einen Playstation-Code und einmal einen Xbox-Code für die Beta von Battlefield 2042. Als kleine Nebeninfo, für die Leute, die Battlefield 2042 schon vorbestellt haben, werden diesen Code nicht benötigen. Und zwar ist dieser Code nur dafür da, für Leute, die sich zum Beispiel noch uneinig sind, um das Spiel vorzubestellen. Somit kann man zum Beispiel diesen Code eingeben und dann kann man die Beta erstmal spielen, ohne das Spiel vorbestellt zu haben. Und dann kann man sich überlegen, nach der Beta sich das Spiel vorzubestellen oder gleich zu kaufen. Bedeutet, wenn du das Spiel schon vorbestellt hast, brauchst du diesen Beta-Code nicht, denn den ist ja natürlich schon in der Vorbestellung enthalten. Nun sind wir wieder am Ende angekommen, ich bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit, check gerne beim Auto noch links die Videos ab, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, bezüglich zu den neuen Informationen zur Battlefield 2042 Story oder zu meinen 5 Wunschkarten, die zum Beispiel im Battlefield Portal unbedingt rein müssen, dass sie remastered sind. Das wäre auf jeden Fall eine sehr klasse Sache, wenn ihr euch das interessiert, schaut gerne da vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, genießt den Sonntag und ansonsten bis dann, haut rein, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020